Peng, Vogel auf JokeTV, hoi zusammen. Ich habe einen Witz für euch. Und zwar fragt die Lehrerin in der Schule, Jungs, Mädels, erzählen mir etwas über Bananen. Streckt Hans auf und sagt, ja, Banane ist krumm, sagt die Lehrerin, ja, ist richtig, ist richtig. Dann kommt Vreni dran, sagt, Banane muss man schälen, bevor man seisst. Sagt die Lehrerin, ja, super, gut, danke. Dann geht sie zum Fritzli und sagt, Fritzli, sagst du mir etwas über Bananen, sagt der Fritzli, der Fritzli ist ein Basler gewesen übrigens, sagt, ja, mein Vater schafft in Zürich. Sagt die Lehrerin, ja, das ist ja schön und gut, aber was hat das bitte mit der Banane zu tun? Sagt er, ja, er fährt mit der Banane. JokeTV. 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 JokeTV.